Hallo und herzlich willkommen bei Red.Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagdlachen-Ticket und heute habe ich das Spiel Land of Empires. Viel Spaß! Ok, dann sind wir schon mal hier, alles einsammeln, schauen was kann ich bauen, aufwerten, aufwerten, Quests abschließen, was muss ich noch machen, ah, schauen wir mal. Ich sollte den hier runterstellen und dann starten. Ach so, Automatic, Tempo, mein zwei. Oh, der Boss. Oh, der eine Daumen bei mir. Er ist zu schwach. Ja, mein Anschein auch. Säubere Monster. Ach, da ist ein Drache. Ui. Nochmal. Ach, der Drache kann ich nicht dazu holen. Ne, dann halt nicht. Ähm, dann maschinen wir mal. Okay, ich muss erst retten. Ich möchte die Kiste haben. Oh, nochmal retten. Macht Spaß. Hm. ich bin noch ziemlich ein anfang bei den spiel spiel das erst das zweite mal ach deko brauche ich nicht bei deko verbrauche ich nur platz kann doch der bestimmt auch das war's und die hier grüner fall da oder 30 sekunden ach egal schafft er schon angriff die helden gar nicht mehr da die buchschützen ach das ist die buchschützen sieht aber aus wie magierin kein held verfügbar dann egal so dann werden wir jetzt mal die nächsten place so next place holen oh sieht gut aus Jawoll, ein knapper Sieg, habe ich gesehen. Wenn ich hier mal die Truhe nehme, das reparieren, die Kaserne, ausbilden, was soll ich so ausführen? Ah, 2 Minuten 17. 1 Minute 10 Sekunden. Muss ich mal alles wegmachen hier. So, Kapitel 4 ist fertig. Und Kapitel 5 auch schon fast. Erkunde den Falkenposten. Gleich. Erstmal hier bisschen aufräumen. Okay, alles aufgeräumt. Jetzt muss ich einen Rettungsversuch erst mal machen. Schon wieder so was leichtes. Oh. Guck mal. Wie doof, ja? Naja, egal. Dann nehmen wir erstmal die Truhe, dann machen wir die Kiste auf. Äh, die Truhe. Die Truhe erst auf. Und dann den Kerker. Und dann sind wir auch so schnell оч intelligent und die Rettungsversuch Där見, Welch Es wird also Können wir vielleicht Level 4 erreichen Jawohl Können wir auch schon die stärkeren ausbilden Habe ich gesehen Dauert Alex jetzt 6 Minuten Dauert Alex jetzt 6 Minuten Habe ich eine Aufgabe geschafft Oh schön Meine Heldin Sternverbesser Sternverbesser Habe ich die hier vorher gehabt? Ich hatte doch vorher noch so eine andere Kämpferin gehabt Warum ist sie nicht mehr da? Vielleicht die Vielleicht die Valküre Ja genau Warum habe ich die nicht mehr? Schweinerei Vip Erhalten 200 Punkte Und wenigstens geht es hier weiter Bei manchen Spielen muss der Vip kaufen 30 Minuten Vip Hm Beim nächsten Mal Will ich es nicht vergessen So Erstmal hier Alles aufwerten Lager 3 Minuten Das dauert aber lang Dann probieren wir es zu kämpfen Marschieren Marschieren Es wird wieder ein knapper Sieg Aber es wird ein Sieg Großer Sieg Kein knapper Oh Die sind mehr Leute Das wird Haarig Ich Ja ok Hm Ich habe ihn noch nicht eingeholt Doch habe ich schon Habe ich schon Ich. Ok Herausforderung Ach da ist sie doch wieder Komisch Siehst nur bei den hellen kampf dabei Naja, soll mir recht sein. Das reicht mir ja auch. Bahalla! Oh, ein Boss. Ah, wieder einer von mir raus. Okay, dann ist jetzt das fünfte Kapitel auch erledigt. Okay. Ich muss hier noch was machen. Es sind ja Gott sagt nur zwei Räume. Auch kein Boss. Das Bosszeichen ist nicht da. Und der erste bei mir da. Er jetzt auch. Heidenkräuter. Heidenkräuter. Separieren. Super. Okay. Das ist ja mal cool. Ich habe sogar ein Ding dazu gekriegt hier. Okay. Und... Was ist das hier? Ich kann jetzt gerade wieder nichts machen. Rettet. So. Eine Minute. Ach, ein Kilometer. Da habe ich ja Episode 6 auch schon fast fertig. Okay. Das machen wir andermal. Weil das mache ich für. So. Oh. Sanitätshaus. Eine Minute. Okay. Gut. Was ist hier? Nachrichten. Nachrichten. Jetzt teilen. Okay. Ausbild. Und was ist das? Ausbild. Bogenschützen. Den kriege ich bestimmt auf Level 4 hoch. Warten wir mal. Noch die paar Sekunden hier. Die 12 Sekunden. Hier oben habe ich noch einen roten Punkt. Noch einen roten Punkt. Ach, hier. Sonst noch was? Nee. Okay. Jetzt ist er fertig. Aufhören. Und er ist auf Level 5. Also sprich. Genau. Und ich brauche. Zwölf Minuten. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Haben wir auch fertig? Haben wir alles ausgebildet? Gleich verletzte Leute hier? Keine. Keine verletzte Leute. Ah, Halle der Helm muss ihn noch aufwerten. 15 Minuten. Okay. Da ist so langweilig. Natürlich nicht warten. Das gemacht. Helden. Und wieder ein Stern verbessern. Und dann noch ein Stern. Dann hat er einen ersten richtigen Stern. in der Hand. Ich hätte eigentlich lieber den Mann hier aufgewertet. Na ja. Was soll's. Weil der mir immer weg stirbt. Gegenstände. Kisten 10. Oh, was ist da drinne? Ach, muss ich aussuchen. 10. 3. Also. 2 mal. Davon. 2 mal. 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 3 mal davon. 3 mal davon. Ah, warte mal. Warte mal. 3 mal davon. 3 mal davon. Davon. Bäh. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Gehen wir nochmal einmal Nahrung. Und einmal Holz. Okay. Post ist auch da. Alles erhalten. Alles gelesen löschen. Bestätigen. Gegenstand. Ich habe nichts dabei, was ich gebrauchen kann. Ah, ich bin abgestützt. Ah, ich bin abgestützt. Ne, doch nicht. Da hat er sich ein bisschen erhangen. Verwenden. Schön. Verwenden. Schön. Verwenden. 543. Geht sich. Weiter geht's nicht. Level 10. Machen wir so schnell auch noch auf Level 10. Gehen. Okay. Das war's. Dauert noch 11 Minuten. Wieder eine Aufgabe. Eine Truhe. Eine Truhe. Eine Truhe. Eine Truhe. Die mal ausruhen. Ein bisschen kaputt. Wird bald heilige machen. Erstmal beenden wir das Spiel. Spiel verlassen. Ich sage Dankeschön für Zuschauen. Ich würde mich erst mal verlassen. Dann das Ticket sammeln. Dann kann ich mich auch noch verabschieden. So. Machen wir so. So. Ticket. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ich habe euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Ciao.